Hallo Leute, wir sind heute auf einer Sneaky-Mission mit Bastion und Torbjörn mir. Deswegen würde ich mal sagen, setzen wir uns erstmal aufs Auto und warten, was passiert. Denn das ist echt die beste Pos... äh, Dings, ne? Okay, das ist vielleicht nicht die beste, äh, Dings, äh, Dingens, Dings. Achso, ich muss hier nochmal ein Dings hinkleben. Hot. Ja, das beschreibt mich übrigens. Hot. Heiß, heiß, heiß angelegiert. Meutenkorps und so weiter. Blabi, oh Gott, oh Gott, ich brauche, äh, Hilfe, Hilfe, Panik, Panik. Okay, den ersten Punkt haben wir schon mal verloren, habe ich das Gefühl. Außer wenn die Gegner jetzt zu lange brauchen. Alter, war das nicht nice getroffen und so weiter. Ich bräuchte mal ein bisschen Heilung, aber... Moin, danke. Und so weiter. Also der Headshot war schon echt nice von mir. Ups, oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, mein, mein Turret. Mein, nein, mein Turret. Tu, 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 rett. Und so weiter. Toilette. Ich, ja. Wollen Sie jetzt echt warten, bis mein Turret hier... Oh, da ist es hier. Moin. Dann schlage ich da mal viermal drauf. Eins, zwei, drei und vier. Und dann warte ich hier mal oben. Ich könnte noch ein paar Headshots verteilen. Von hier. Komme ich auch ganz easy... Ach nein, ach, ja komm schon. Ja, nice. Kein Headshot, aber was soll's. Oh nein, äh, da will ich jetzt nicht auf mein Geschütz gehen. Auch wenn es hier vielleicht praktisch ist und so weiter. Weil das mal hier ein bisschen Dings braucht. Heilung. Also ich frage mich auch nicht schon wieder einer. Nein, 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 nein. Auch jetzt... Oh, da hätte ich vielleicht draufbleiben können. Aber wen juckt das? Wen juckt das schon? Ja, ja, Nanoboos interessiert hier niemanden. Denn da bekommt der Bart wieder Farbe. Ich weiß jetzt auch nicht wo, aber da. Genau da. So, gibt's hier einen Sniper oder so? Also irgendwie sehe ich hier gerade auch einen gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Ah, da ist einer. Aber wo sind denn die ganzen Gegner? Ich suche hier die ganze Zeit nach den Gegnern. Und ich finde hier einfach keine. Die wollten gerade mein Geschütz einfach kaputt machen. Äh, die machen das immer noch... Hä? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr mal einfach weggehen? Ich töte euch jetzt. Ich töte euch. Ich töte euch. Äh, äh, äh. Habt ihr schon Angst? Äh, äh, oh. Die zielen gerade nicht auf mich, oder? Und mein Dings ist kaputt. Deswegen... Oh, guck mal. Einmal... Die schießt nur... Die schießt nur einmal auf mich, oder was? Weißt du nicht, dass ich gerade das Game carrye, oder was? Ich carry das hier alles. Ich bin hier ein DPS. Oh, doch nicht mehr. Immer noch. Oh Gott, nein, nein, mein Geschütz. Oh. Mein Geschütz war eingefroren, aber zum Glück. Helden sterben nicht und so. Weiter. Nur dumme Helden. Äh, ja, ich wollte da... Na gut, ich wollte gerade unterstützen, aber... Alter. Der ist perfekt platziert da. Und nein, nein, nein. Ist der doch nicht. Äh, nein, nein. Och, wieso hat der mich gewonnen? Schottet? Ich hasse diese One-Shots von Hanso. Wieso passiert mir das denn immer? Aber zu... Immerhin habe ich Bestchen dadurch gerettet. Ist das nicht... Äh, auch was wert? Mein Tread... Mein... 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 Steht da nicht mehr. Ich habe den ersten Punkt haben wir jetzt vielleicht verloren. Nicht? Nein? Ja? Nein? Äh, den tötet ich? Nein? Den, äh, wenn ich mal treffen würde und so. Äh, ja. Das hier, den Treffen habe ich jetzt nicht so ganz hinbekommen, aber... Ich bin juckt er schon. Warte, ich rette dich. Warte hier. Nein. Oh, ich dachte... Mensch, daneben nicht. Äh, ja. Ganz viele Drachen und so weiter. Haben wir einen Punkt jetzt? Ich... Ich damit... Die hier machen wir ein bisschen Damage und so weiter. Oh nein, ich will nicht sterben und so weiter. Oh nein. Abkühlung und so. Nein. Och, Mensch. Ich wollte gerade für dich verstecken. Mein Turret hinbauen. Meine Ultimate... Och, Mensch. Ey, jetzt hat das alles nicht geklappt. Und unser ganzes Team ist tot. Och, Mensch. Ey. Oh, oh, oh. Ich könnte hier drauf. Ich könnte hier drauf. Nice, ey. Sonst muss ich immer jahrelang auf das Ding wahren. Aber jetzt nicht. Heute nicht. Okay. Schaffe ich das? Nein, ich habe einmal vergessen. Mist. So, ey, so. Oh, oh Gott. Äh, das war, glaube ich, ganz gut, weil hier sind ziemlich viele Leute. Ey, die haben... Die haben mein Geschütz einfach so kaputt gemacht. Was, was, was? Die können doch nicht einfach so mein Geschütz kaputt machen, oder können die das? Moment, das muss ich in den, in der Euler nachgucken. Ich glaube, der hat mich durch die Wand gesehen, oder? Sieht man natürlich nicht von hier. Der hat wahrscheinlich hier sein, äh, Solar, Solar... Pfeil-Ding ist da. Ihr wisst, was ich meine, ne? Okay. Ich klatsche jetzt mein Turret hierhin, aktiviere meine Ultimate. Und dann, äh, wird das schon. Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf. So. Dann rushe ich hier mal durch, töte alle und so weiter. Nein, mei. Huch, Doppelkill. Mann, bin ich gut. Und Play of the Game wollte ich gerade machen, aber nein. Hab nicht getroffen und so weiter. Warte, hier muss doch dieses Hot hin. Alter. Heiß, ey. Huch. Was, was... Was trifft mich hier? Wo ist der Genji? Ach, da hin. Ich, ich, ich... Lockshotte den. Ich hab mich in letzter Zeit ziemlich viel Glück. Und deswegen, ähm, ja. Und so weiter. Äh, da vielleicht ein paar Lockshots. Ne, der ist schon... Da ist hier schon vorher gestorben. Okay, da war. Da, da könnte ich... Ach, nein. Oh. Ich glaub, das ist eine DPS, Anna, weil... Die macht ziemlich viel DPS. Ey, das... Meinen Töt kann man doch nicht einfach so ablocken. Ähm, ziemlich behindert. Äh, ne. Das seh ich jetzt irgendwie überhaupt rein gar nicht so ein. Ich probier mal mein Glück als Junk Rat. Als, äh, sogenannte Müllratte. Jaja, mach mal, ähm, Anna, ähm, äh, helfen beim Einschlafen und so weiter. Oh Gott, äh, da muss ich aufpassen. Genji hat nämlich mich im Fokus. Deswegen geh ich hier mal ein bisschen zurück. Genji kommt wahrscheinlich gleich hier hoch, oder? Ich, ich, ich rieche ihn schon. So halb. Hallo, Clara. Oh nein, vielleicht kann ich den töten. Wenn ich den predicte und so. Ah, könnte ich... Oh nein, ich geh mal... Dann mal tschüss und so weiter. Äh, ich brauche hier eine. Hm, oh nein. Genji verfolgt mich. Oh nein. Genji verfolgt mich. Genji verfolgt mich. Das war jetzt ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Äh, oh nein, 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 nein. Oh Gott. Bitte zur Fracht gehen. Die dürfen die... Nur noch eineinhalb Meter. Nein, 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 nein. Nein, geht da drauf, geht da drauf. Ihr müsst da drauf gehen. Auf das, auf das Palo-Teil. Und krieg ich den? Krieg ich... Oh, krieg ich irgendwas vielleicht mit Junkrat? Ja, oh. Ich hätte McCree fast getötet. Alleine nur fast. Deswegen bringt das auch rein gar nichts. So. Oh, wir haben die Fracht immer noch. Könnte was werden. Könnte was werden. Außer wenn... Also wenn der Affe einfach weg springt. Ist doch unser Affe, oder? Unser Affe ist auf jeden Fall jetzt tot. Ja, das ist natürlich nice. Ja, ja. Wie viele Hansos haben die eigentlich? Zwei? Äh, tatsächlich. Ja. Hm. Danke. Ich dachte schon, die... Alter, was ist das denn? Okay, mit Junkrat krieg ich gerade rein gar nichts hin. Ich weiß jetzt auch nicht, was das soll. Deswegen... Ach, spiel ich jetzt einfach mal. Ja, Diva. Ich hoffe, dass das irgendwas wird. Denn irgendwie ist das gerade voll dumm. Und so weiter. Weiß auch nicht. Unsere Healerin ist wohl nicht so gut. Ach, nicht schon wieder. Wie oft wollen die das denn noch machen? Oh nein, ich hätte... Oh, die Mail stand gerade so schön still. So, jetzt haben wir... Oh. Hanso. Was hat der Hanso denn eigentlich für Probleme? Der muss doch irgendwie... Oh. Der hat schon wieder sein Streufeil benutzt. Ja gut, den Wagen haben wir aber halbwegs, oder? Den Payload. Haben wir den jetzt? Ja, nein. Ich mag Schokolade. Weiß mal wieder niemand. Ich halte den einfach mal auf. Sodass es niemand sieht und so weiter. Ups, ich hätte die Mercy hinter mir schlagen sollen. Aber egal. Nein, nein, nein. Oh, ich hab den Fall nicht blocken können. Schade. Denn, wie jeder weiß, kann man Divas... Ach ja, nice. Healerin getötet. Kann man Divas... Kann man mit Diva... Ein paar Ultis einfach so schlucken. Unter anderem auch hier... Die von dem Spacken. Kriegen wir das jetzt hin, oder so? Ich, äh... Nein, natürlich nicht. Kack-Team, Loop-Team, äh... Äh... Scheiß-Healerin. Ich konnte ja gar nichts machen. Ähm... Ja. Das war wohl, äh... Jetzt nicht so erfolgreich, würde ich sagen. Ja, ich schiebe das mal auf den Healer, weil... Der, äh... Hat ziemlich, ziemlich lange gebraucht, um überhaupt irgendwas hinzubekommen. Aber der Swag war echt swaggy, finde ich. Der hat echt... Einen Swag-Point verdient. Finde ich. Wie findet ihr das? Auch so. Finde ich auch. Finde ich gut. Ach ja, übrigens, Sombra ist wahrscheinlich schon draußen, ne? Die Folge ist aber schon voraus... Aufgenommen, deswegen... Gibt's hier keine Sombra, ey! Bup! So, und weil, äh... Wir letztes Mal so einen miserablen Healer hatten... Spiel ich jetzt mal selber einen Healer... Und hoffe, dass wir dann dadurch irgendwas erreichen. Da kommt schon, Leute. Wir nehmen schon den Punkt ein. Äh... Sombra schwirbt, ja. Und Mei blockt uns natürlich. Genau. Los, durch. Ja, nice, ey. Das machen wir gerade ganz gut, finde ich. Äh... Den juckt er schon. Denn Reaper stört mich ein wenig. Und, ähm... Mei natürlich auch. Ha, Noob! Achso. Oh Gott, der Reaper mal wieder. Dann fliehe ich mal vor Reaper und so weiter. Alter! Oh Gott, da waren hier Healthpack, was ich vielleicht gebrauchen hätte... Konnten... Tun... Tun... Moin! Moin! Ich... Ich schwir mal hier um den Baum herum und so weiter. Und der ist tot, natürlich. Was machen die denn schon wieder da hinten? Die sind die denn da rumgekommen? Man kann, glaube ich, da rum irgendwie kommen oder so. Aber wieder schon. Ja, was... Ach, der Sniper, ne? Also irgendwie... Irgendwie... Ist... Was machen die denn da? Was machen die denn da? Die können doch nicht einfach alleine rushen. Da brauchen die schon... Unterstützung in Form von D.Va. Denn mit D.Va kann man das gleiche machen. Dann können wir ja mal Torbjörn und... Oh, Torbjörn ist jetzt Hanso. Na gut. Kann man die einfach mal ignorieren. Und ich folge jetzt einfach mal... Ups, das wollte ich nicht. Ah, egal. Die ignorieren... Ups, ich wollte gerade sagen, dass die mich ignorieren. Aber nee. Dann eben nicht. Dann, äh... Ja, cool. Und schon habe ich... Ah, nur Silber in Zeiten. Nee, das finde ich nicht gut. Ähm, aber damit habe ich mal mein Team dazu animiert, hier mal auf den Punkt zu gehen. Denn... Wie ich sehe, gibt es jetzt einige sogenannte Nachahmer. Nein, nicht sterben. Alter, die Mercy will aber echt sterben, habe ich das Gefühl. Da kann jetzt mal jemanden... Oh. Muss ich eigentlich immer der Einzige auf den Punkt sein? Ah. Ich will jetzt nicht echt der Einzige da auf den Punkt sein. Ich weiß, ich hätte... Sollte mit dem Punkt eigentlich gehen, aber... Die probieren doch sowieso hier nur so rum. Die machen ja nichts. Ja. Machen ja echt nichts. Wir haben... Ein paar Personen weniger, weil... Die einfach probieren, wer da rumkommt. Ah. Oder so. Ja, genau. Winston brauchen wir. Wir brauchen jetzt ganz viele Winsons. Die aber auch auf den Punkt gehen. Und so weiter. So, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ach, so eine Gifffmine. Langweilig. Also, irgendwie kann ich jetzt nicht viel machen. Was ist das denn? Ach, komm schon. Aha. Mit drei Symmetras haben wir es endlich geschafft, den Punkt mal ansatzweise zu bekommen. Das ist natürlich sehr nice. Sehr, sehr nice. Und wir haben den Punkt. Nice, ey, Alter. Easy. Ich wusste es. Wir haben einfach nur ein paar Symmetras gebraucht und dann ging das schon. Ganz easy. Tja, easy. So, dann haben wir... Dann werden wir jetzt auch wahrscheinlich gewinnen. Also, höchstwahrscheinlich. Ich wüsste jetzt nicht, was schief gehen könnte. Ähm, ne. Ich sehe da jetzt keine Möglichkeit, dass wir verlieren könnten. Keine einzige. Mehr auch nein. Sicherheit ist dem Wunnen. So. Da habe ich noch mal ein paar eliminiert. Ist da auch noch was? Ja, das. May. Da versuche ich... Ah, die ist schon tot. Na gut. Also, mit vier Supportern geht das wohl ziemlich gut hier. Und da oben ist Reaper. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Aber... Na, was soll das schon? Kann man eben nichts machen. Ich frage mich auch, wieso wir keinen Torbjörn genommen haben. Der ist doch eigentlich viel besser hier. Na, egal. So. Also... Was ist das denn? Wie sind wir plötzlich so gut mit 30 Metras? Alter, guck mal, wie gut wir sind. Aber das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Seht ihr das auch? Geht's hier... Seht ihr auch, wie gut sie sind? Komm schon, komm schon. Ah, schade. Da war ich zu offensiv wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich... Okay, weiß ich sowieso. DPS. Die macht sowieso keine Heilung, oder? Doch, ein bisschen Heilung hat die gemacht. Ach, wie können wir das denn nur so gut gewinnen? Aha. Egal. Irgendwie schaffen wir es gerade. Gut zu sein. Huch. Okay, alleine sollte ich aber jetzt nicht drauf. Ne, sollte ich nicht. Ich nehme mir mal die Healing hier. Die Healing, genau. Verteidig die Böse, oder? Ich habe doch keinen, dass der Teleporter hier nicht aktiv ist und so weiter. Ach, hallo, ich stand auf dir. Ach, Mensch. Ja, komm. Töne mich. Juck mich jetzt auch nicht. Ich will nur ein bisschen hier Time haben. Wenn ich da noch eine Goldmedaille habe. Was? Echt jetzt? Wer stellt da denn Teleporter auf? Das war die... Ach, nee, ne? Da könnte vielleicht was werden mit Glück. Auch nur mit Glück. Aber die Facht würde ich trotzdem haben. Ach, hier ist ja niemand. Ähm. Ach da, Junk Red, hallo. Wie geht's dir so, Junk Red? Junkie, Junk. Danke. Ja, äh, wie funktioniert das jetzt schon wieder? Oh nein. Geh einfach weg. Genau, geh da hinten hin. Oh nein. Äh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das, das finde ich jetzt nicht so gut. Das finde ich... Ah, schade. Ja, 3 gegen 1 könnte ich jetzt auch nicht schaffen. Ja, ich dachte jetzt, mit 3 Symmetras können wir es schaffen. Ich hätte wohl nicht ändern sollen hier, meinen Charakter. Das war wohl der Fehler, den ich gemacht habe. Äh, was machen die denn so? Ich mach mal mit. Konnte ich nicht mehr. Ja, das war jetzt ein ziemlich, äh... Ja, die Healerin war es mir mal wieder schuld, ne? Der Healer mal wieder. Und die beiden Symmetras. Wer denkt denn, dass wir mit Symmetra irgendeine Chance hätten? Also, das ist jetzt echt dumm. Komm, wieso hat der wohl Player of the Game bekommen? Weil die Symmetras meinen, das ist nur die Idee, dann haben wir ein paar Teleporten zu platzieren. Das ist alles die Schuld von den dreien hier. Das Team hier, das hat Schuld. Genau die drei. Also, wenn ihr die mal seht, äh, schlagt die mal von mir. THX. Da würde ich aber auch sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir gucken, äh, wir spielen sowieso nicht mehr mit denen zusammen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020